Hey Leute, willkommen zurück zu Persona 5. Ich überlege gerade, was wir als nächstes machen. Sollen wir in den Palast gehen? Ich lasse nicht zu, dass er damit durchkommt. Nach allem, was der Shiro angetan hat. Wir schicken bald die Pranger-Karte, oder? Okay, wir sehen uns auf dem Dach. Ja, machen wir es jetzt. Komm. Okay, halt. Was wir jetzt jetzt haben, ist, die Telefonkarte auszuhalten und Kamoshidas Herz. Could we have just sent one at the beginning of all this? It's not that simple. A treasure won't stay materialized forever. Once the impression is gone, the treasure will disappear. I think it'll last around a day at most. The hell? That's like no time at all. Anyways, we can send a Colin-Card right now, yeah? Let's do it. Steal that bastard's heart. Der Palast verschwindet sobald wir den Schatz gestohlen haben. Erledige vorher was nötiges. Die Pranger-Karte schicken, behalte folgendes im Hinterkopf, wenn du die Pranger-Karte versteckst. Schließt alle Vorbereitungen ab, bevor du die Pranger-Karte versteckst. Steht die Entscheidung fest, kehrst du nach Hause zurück und beginnst den nächsten Tag am Palast. Wenn du die Pranger-Karte versteckst und den Schatz gefunden hast, kannst du nicht mehr in den Palast zurück. Überst du also keine Schatzkisten. Du kannst den Palast ohne Verstecken der Pranger-Karten betreten und Gegenstände der Person hast du suchen. Und behalte aber dir aber verleihende Zeit im Auge. Da gab's ja noch einen Dietrich, ne? Ich habe die Frist im Auge, okay? Sollte unsere letzten Verlustung sein, unsere Frist ist fast abgelaufen. Ja, ähm, weil dann will ich noch die Schatzkiste abholen, wo er noch ist. Ja, genau, hier. Wir holen uns ja nur kurz den Schatz ab und gehen dann ja schon wieder. Wir holen uns ja nur kurz den Schatzkiste ab und gehen dann ja schon wieder. Ah, das ist für die Verteidigung, das ist eigentlich richtig gut. Das ist eigentlich voll gut. Ich glaube, der Blitz war doch gut gegen den, oder? Nein. Nein, gut gegen den. Kann man den einschlafen? Ja. Gut, dass du wieder aufgewartet bist. Ich bin ernst. Okay, ne russige, schwere Rüstung. Ja, das sollten wir eigentlich sogar noch putzen dann. Da war ja auch ne Rüstung für Arn. Eine Heilperle. So kann ich mich nur hier teleportieren, oder? Ja. Ja, dann gehen wir wieder raus. Aber wir haben ja noch abends Zeit. Ah, nee, haben wir nicht, ne? Wir können nicht mehr raus, ne? Da ist ein Paket für dich gekommen. Was hast du denn gekauft? Zieh mir mal rein. Was ist drin? Du musst das bestellte Artikel auf dem Fernseher sein. Ich wollte aber zum Marschsalon. Dann trainieren wir halt. Geil. Jetzt langsam werde ich aber hier echt zauber. Ne, weißt du was? Dann lernen wir. Erstmal raus in die Welt. Ich kann sowieso nichts mehr machen. Okay, ich gehe nach Hause. Ich kann sowieso nichts mehr machen. Und ich habe mit dem Fernseher... Oh, ich wollte dich nicht ablenken. Ich bin jetzt ruhig. Du machst gute Vorschläge. Deine Onkel funken schon ganz klug hinter deiner Brille. Du bist müde, wenn du keine Pause einlegst. Du solltest für heute Schluss machen und schlafen. Aber ich will ja morgen vorhin in den Wachstall dazu gehen. Voll wie... Du bist heute Morgen, oder? Wir haben den Schrauben. Also, alles, was bleibt, ist, dass du eine Karte schlafen hast. Wir haben weniger als eine Woche jetzt, bis zum Board-Meeting. Was willst du heute machen? Ach komm, machen wir es halt jetzt endlich mal. Das haben wir halt leider keine Rüstung dann für Arn. Okay, wir wollten uns ja im Versteck treffen. Was ist denn so ein Joker? Ne, ich will die Rüstung. Ich will die Rüstung. Es tut mir leid. Ich will aber die Rüstung. Ne, die Armen. Wirklich. Ja, aber... Es ist halt auch wichtig, dass wir vorbereitet sind. Okay. Hmm. Hey, hey! Jetzt war es aber, als ich erwartet hatte. Alter Pyjama. Ab nach Hause. Nein, nix, ab nach Hause. Wie ist es jetzt schon Abend? Was? Man kann ja nichts machen am Tag. Hier, guck. Da. Bitte macht der Woll Lust. Achso, und so die Arama. Die geben wir Ryuji. Der das hat. Dass er es auch noch heilen kann. Dann filtrieren wir das morgen. Oder machen wir das halt morgen. Das trainiere ich, glaube ich, nochmal. Packen wir es. Zeig mir deinen Kampfgeist. Okay. Gute Arbeit, weiter so. Diesmal liegt er nicht am Boden. Sieht aus, er hätte zwar eine Stärke dazu gewonnen. Sind spät, warum gänzt du dir nicht mehr mit dem Schlaf? Und dann gehen wir morgen. Machen wir es weiter. Weil jetzt habe ich eigentlich alles, was ich machen wollte. Weil Waffen können wir uns sowieso keine mehr kaufen. Weil wir haben zu wenig Geld. Das machen wir dann nachher im Verlust. Ich hatte eine Chance zu sprechen mit dieser Frau den anderen Tag. Wir hatten eine fantastische Gespräche, nachdem ich ein paar Sachen übernommen habe. Wir werden in ein paar Mal zusammen gehen. Also, keine Ahnung von dir, weil es gut ist. Schau, das Wissen ist nicht genug. Du brauchst die Proficienz zu adaptieren. Du brauchst auch die Kindheit, um zu akzeptieren. Und die Gutes, um ehrlich zu sein und direkt zu sein. Plus, Charme, um dich zu bringen. Die Qualität von deinem Charakter sagt viel über dich. Also, es ist wichtig, sich zu verbessern, jeden Tag. Wirklich? Aber es braucht so viel Arbeit. Aber ich werde es tun, wenn es bedeutet, dass ich eine Mädchen bekomme. Ich glaube, ich werde mein Schauern jeden Tag beginnen. Ich höre, Mädchen preferen einen Mann, der hygienisch ist. Ich habe jüngst viele Neuigkeiten vom U-Bahn-Unfall bis zu der Sache mit dem Volleyball-Team. Man hält plötzlich psychotische Störungen für den Auslöser, aber das ist nur eine Theorie. Aber in der Welt der Mathematik sind solche unerklärlichen Vorkommnisse recht häufig. Ein Beispiel, Amamiya-san, bitte sieh das hier an. Man soll nur einige Farben zum Einfärben benötigen, sodass angrenzende Farben klar getrennt sind. Kennst du den Namen des Theorems, das nach dieser Zahl benannt wurde? Der Vierfarben-Satz ist wohl einfach gesunder Menschenverstand. Jedes falsche Bild, eine Weltkarte oder etwas anderes kann mit nur vier Farben eingefärbt werden. Viele Menschen haben diesen Grundsatz seit der Antike aus Erfahrung abgeleitet. Aber er ist schwierig zu beweisen und war lange Zeit ein ungelöstes Problem. Wow, wirklich? Amamiya-san wird richtig klug, oder? Man wird wirklich klug sein, wenn du so eine Frage beantworten kannst. Warum bin ich immer noch unwissend? Ich hoffe, die psychotischen Störungen bleiben nicht ebenfalls ein ungelöstes Rätsel. Wenn ich allein daran denke, welche wirtschaftlichen Schäden diese Vorfälle verursacht haben... Die Welt ist voller Gefahren, ha? Tja, auch die Welt außerhalb der Schule ist eben nicht gut. Jetzt fehlt nur noch die Pranger-Karte, nicht wahr? Wir sollten sie sofort verschicken. Ja, mach mal auf. Sind wir nur noch diese Pranger-Karte verstecken, oder? Ja, ich weiß halt länger gedauert jetzt. Aber man muss halt Vorbereitungen treffen. Morgen ist endlich der Tag. Also, wir senden die Pranger-Karte in der Morgen. Und wir nehmen die Plan nach dem Ende des Tages, nicht wahr? Correct. Der Effekt wird nicht so lange dauern. Bist du Angst? Haha. Wir warten zu lange. Perfekt. Wir werden das wegnehmen, egal was. Also, wer wird die Fahr-Karte? Wir werden das wegnehmen. Warum? 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 Warum würde ich nicht so sein? Das ist wichtig. Du bist sicher, dass du die Pressure kannst? Ich muss aufpassen. Ich möchte ihn wirklich gut machen. Ich möchte ihn wirklich gut machen. Lass mich es schreiben. Komm schon, bitte. Komm schon, bitte. Wäre es aufhalten. Wäre es aufhängen. Wäre es aufhalten. Wäre es aufhalten. Und sie sind sicher, dass sie nicht aufhalten. Die der Zeit, die dich zu wissen, es sangriert wurde. Ich w pension. Ich weiß, ich weiß. Okay, dann. Somobil. Du wärmerst nicht aufhalten. Agora kommst du auf den Krass. Gut, dann. Ich bin sicher, wir schaffen das. Aber denkt daran, wir dürfen keine miesen Erwachsenen trauen. Deswegen müssen wir das selber machen. Wir packen das und überraschen alle. Trainieren wir heute noch ein bisschen für die TP. Okay. Gut, aber war das so? Er ist schon stärker dazu geworden. Zu spät, warum kannst du dir nicht ein bisschen Schlaf? Das war keine gute Idee. Wir wissen, wie schützig du bist. Und dass du deine Schwierigkeiten auf die Studenten, die nicht zurückkehren können. Das ist das Grund, dass wir die Schwierigkeiten auszudrücken können. Und dass du deine Schwierigkeiten auszudrücken kannst. Das wird heute Morgen gemacht. Also, wir hoffen, dass du bereit bist. Von den Phantom Thiefs von Herz. Wow. Wauw! Nicht schlecht, oder? Ich habe ein paar verschiedene Sachen online gefunden. Um, ja... Ich weiß, was du gesagt hast, aber es so wie ein Idiot zu versuchen, zu sein Adult zu sein. Dein Logo ist auch ein bisschen lacking. Okay, du wißt du was? Das ist nicht wahr. Ist das nicht wahr? Ist das nicht wahr? Ist das nicht wahr? Warte mal. Wer wird etwas von Mr. Kamoshida nehmen? Was ist mit diesem weirden Logo? Und wer sind diese Phantom Thieves of Hearts? Wir haben alle entspannen, also ist alles gut, ja? Wer ist das? Wer ist das? Schau mal das. Eine Predictable Reaktion für jemanden, der weiß, was wir tun mit den Storten. Ich denke, es hat ihn ziemlich schwer. Was ist das? Was ist das? War es du? Was ist das du? So, du spielst du? So, du spielst du? Das ist kein Problem. Du wirst schnell genug sein. Huh? Komm, schau mal. Komm, schau mal. Wissen Sie von Kamoshida, ich bin sicher, dass er ein Auswirkungen auf seine Palast. Das bedeutet, dass die Schmerzen ausgesucht? Wir werden es heute heute bekommen, oder? Es ist nicht nur heute. Es ist nur heute. Es ist nur heute. Und es kann nicht wiederholen werden. Dies wird unsere einzige Chance, das Schmerzen zu stehlen. Ein Tag ist mehr als genug für uns. Lange nicht das Finale. Von Persona 5. Wow! Los, einen schönen Wachsein bleiben! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Es ist irgendwo. Komm schon, Mann! Was ist das Teufel? Die Tür steht einfach so offen und weit und breit keine Soldaten? Hier ist wahrscheinlich alles unterbesetzt, nachdem alle unten anderswo hingeschickt wurden. So oder so haben wir gewonnen, wenn wir den Schatz stehen können. Gehen wir weiter! Oh ja! Der Schmerz hat herausgekommen! Mann, es ist großartig! Was denkst du? Es ist so, wie ich sagte. Jetzt können wir ihn holen. Oh! Der Schmerz hat Tears in meinen Augen. Es ist so schön. Warum ist es so schön? Ist das die Worte des Kamoshida? T- Schmerz! Schmerz! Uh... The cat's acting awfully excited. What's wrong? Is something... Das ist das die follows! Schmerz! 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 Alright. Das ist genug, du schmerz! Oh, um... Sorry... Ich erne mich um so ein tolles destain und vor einer Frau Du bist komplett aus Charakter, auch. Was war das? Ich kann es auch nicht aufhören, zu denken, dass ich mich an die Geschmack-Desirrungen so groß bin. Ist das nicht wahr, dass ich ein Mensch bin? Wie sollen wir wissen? Uh, auf jeden Fall, ihr braucht es. All you do is bark orders. Still, that was easier than I thought. I thought for sure there'd be some insane trap or something. This palace will disappear if we take this back, right? And Kamoshida will change, too. That should be the case. Good. Now's our chance, then. It's heavy. To think it'd go so well. I've even found three Persona-Users in the process. My judgment was correct. I made the right choice, in making a deal with you. My building from Morgana vertieft sich. Alright. The Magier-Vertrauter has ranked 2, I think it's okay. Maybe. The Magier-Vertrauter. I will let anyone take this. This proves that I am the king of this castle. It is the core of this world. That rat bastard. That's how he sees me, isn't it? Yo, pervert! Were you waiting to ambush us? I just made it easier to find you. I'll dispose of you myself. Right here. Right now. That's our line, you sexually harassed D-Bag. What a selfish misunderstanding. How is it a misunderstanding? You were doing things that you kept in secret from others. People around me were the ones who kept it secret. Adults who want to share in my accomplishments. Students who have the drive to become winners. They willingly protect me, so that we all may profit from it. Profit? There are too many imbeciles who don't understand that. Including naive brats like you and that girl who tried to kill herself. True. She's a total idiot. Letting you manipulate her. Trying to commit suicide. I'm even more of a dumbass for not realizing that. No matter what kind of fool someone might be. They don't need your permission to live their lives! Drop the amp to you mediocre peasant. There is no wrong in using my gifts for my gain. I'm a cut above all other humans. Above? You mean beneath? You're a goddamn demon obsessed with your sick desires! That's right. I'm not like you. I'm demon who rules this world! What the hell? Oh fuck! Hahahaha! Hahahaha! I'm allowed to do whatever the hell I want! Hahahaha! I'm allowed to do whatever the hell I want! I don't know what kind of style looks better with him. Sie verdammt nicht so gut sind, Bratsch! Wie haben Sie gesagt, nicht die gewaltige Leute? Schau, das Schraub ist da! Wir sollten ihn aufgarten und es holen! Wir attacken ihn und warten für diese Möglichkeit! Okay, dann machen wir im nächsten Fall weiter bei Persona 5 und ciao.